Steinbock, was ist eure größte Angst? Steinbock, ihr seid die Leute, die hohe Ziele haben, Mars, und ihr bringt diese Ziele in diese Realität. Ihr wollt diese Ziele, Mars, eure Leidenschaften, die so hoch sind, weil hier ist Mars erhöht in Steinbock, die wollt ihr realistisch angehen und strukturiert. In diese Realität, realistisch. Das heißt, bei euch sage ich ganz klar, ihr habt die Angst vor Misserfolg, aber auch vor einem schlechten Status. Das sage ich bei euch so. Ja, vor diesen Dingen habt ihr Angst. Wenn ihr Dinge nicht erreicht, die ihr aber erreichen wollt, die euren Verlangen und Leidenschaften entsprechen, dann geht das nicht. Also dann werdet ihr noch mehr handeln und noch mehr machen müssen, dass sie klappen. Ihr habt die Angst davor, nicht das zu erreichen im Leben, was ihr erreichen wollt, nicht euren Zielen nachzugehen. Und diese dann zu erreichen, ihr habt die Angst vor Misserfolg, ganz klar. Und wenn Leute euch auch falsch ansehen, weil ihr wollt einen guten Status behalten, dass Leute euch so ansehen, dass sie sehen, ihr seid kompetente Leute. Ihr seid Leute, die etwas erreichender wollen, die Drive haben. Und ihr seid Leute, die kompetent sind. Das muss bei euch so sein. Wenn das nicht gegeben ist, werdet ihr noch mehr handeln, um das dann, dass das dann gegeben ist. Aber das sage ich so zu euch. Angst vor Misserfolg. Und genau, guckt euch auch die anderen Planeten an. Weil am Ende macht das ganze Gesamtbild aus. Zum Beispiel, wenn euer Mond komplett woanders ist, als jetzt Steinbock, könnt ihr auch andere Ängste haben. Aber generell kann jeder so mehrere Ängste haben. Aber das würde ich bei euch so sagen. Und jetzt weitem da auch sehr viele Ängste haben. Ich kann ja sagen.